So, hallo und damit herzlich willkommen zu der nächsten Folge Mirror's Edge. So, wir müssen in dieses Schiff rein, um den Mörder von Pope, von Robert Pope, zu fassen. Und... ah fuck, ich fähle hier wieder. Könntest du blinder Passagier spielen, Faith. Schnell, bevor er weiterfährt. Äh, bevor was weiterfährt. Komm ich da hoch? Nein. Wo komm ich, äh, was? Ich, ich, äh, ich hab da. Ah, hier komm ich hoch. Gut. So. Wo soll ich blinder Passagier spielen? Da kann ich auf jeden Fall runter. Und da soll ich, so wie es aussieht, auch runter. Ähm. Ich weiß aber absolut nicht wie. Aber das kriegen wir schon hin. Ah, fuck, fuck. Scheiß Idee. Okay. Gut, ähm, das fängt ja hier schon mal super an. Aber, vielleicht, können wir... Ah, seht ihr? Das sieht doch schon anders aus hier. So. Hier können wir wahrscheinlich so runter. Autsch. Und dann können wir hier die Stange bestimmt runterrutschen. So. Genau. So, dann mal gucken, wo wir lang können und müssen. Hier kommen wir so erstmal... Ah, guck mal hier. Hier kommen wir so erstmal nicht weiter. Hier muss es sicherlich irgendwo einen Eingang geben. Ah, guck mal hier. So. Was ist eigentlich auf diesem Schiff? Keine Ahnung. Vielleicht Waffen. Könnte was mit diesem Projekt Icarus zu tun haben. Wenn du den Typ auf Deck gesehen hast, solltest du dich da hinaufmachen. Sobald du deinen Killer gefunden hast, hol dir ein paar Antworten und sieh zu, dass du wegkommst. Also in der Menge Kops. Also bereite dich auf einen Kampf vor. Alles klar. Jetzt geht's in das Schiff hinein. Ich bin mal gespannt, was uns dort erwartet. Ich bin mal gespannt, was uns dort erwartet. Ja, wir scheinen noch zu fahren. Okay. Ich hoffe, wir werden hier drin nicht erwischt. Es könnte gefährlich werden. Werte nicht auf 7A. Lieferung abgeschlossen. Richte dich wegen dem A. Okay. Jetzt scheinen wir hier gleich rauszukommen. Oh, Kacke. Gut. Fuck! Ah, fuck! Okay. Das kriegen wir besser hin. Werte nicht auf 7A. So. Richte dich wegen dem A. Na, wartet. Ihr wolltet's nicht anders. Die kriegen wir auf jeden Fall jetzt hin. Na, komm schon. Komm schon, komm schon, mach die Tür auf. Ich warte, mach die Tür auf. Mach die Tür auf. Okay. Fuck! Nein! Ah, scheiße. Aber das war ja schon mal nicht ganz so schlecht. Wo ist denn die Waffe? So. Noch mehr. So. Und da ist noch einer. Okay. Und da müssen wir offensichtlich... Zack! 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 So. Na, warte. Bitteschön. Noch mehr. Hier hoch. Wollen wir uns mal hier ganz gekonnt an denen vorbeischleichen. Da geht's hoch. Okay. Schnell. Okay, komm schon. Hier lang. Und dann hier wahrscheinlich über die... Genau. So. Ah, guck mal, da hinten. Hier scheint es noch irgendwo einen Koffer zu geben. Wäre ja cool, wenn wir den noch finden können. Wo ist er denn? Dahinter oder sowas? Ah, fuck. Nein, 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 nein. Scheiße, scheiße, scheiße. Das war Mist. Okay. Nochmal das Ganze. Oh ja, natürlich wieder von hier. Das fängt ja hier schon wieder super an. So. Oh, kacke. Oh, fuck. So. Den machen wir. So. Nein! Ah, Gott. Ich hasse es. So, und noch mal. Wo ist die... So. Gibt's bestimmt noch irgendwie einen anderen Weg raus. Na, kommt schon. Wo ist der? Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. So. Und jetzt der nächste. Da hinten. Komm schon. Den kriegen wir hin. Ah, fuck. Ah, fuck. Nein! Ah, das gibt es doch nicht. So. Komm schon. So. Oh, Mann. Na, kommt her. Kommt her. Kommt her. Traut euch. Los, los, los! Ja, los, los, los. Mach schneller. Los, los, los. Ich habe auch nicht ewig Zeit. Na? Oh, kacke. So, wo ist der andere? Da. Den mache ich platt. Na? So. Bleibt nur noch. Autsch. Oh, 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 fuck. Wo kommen die denn her? Wo kommen die denn her? Komm, komm, komm. Oh, fuck. Oh, man. So, dann versuche ich mal so zum Gehen. Und. Bleibt nur noch der hier. Jetzt weg damit. Und hier hoch. Komm schon. Nein! Oh, halt dich da fest. Okay, hier lang. Oh, da haben wir aber sehr viel Glück gehabt. So. Hier runter. Dann hoffen wir, dass ich's... Dass uns... Dass wir hier unbehelligt weiterkommen. Woran ich gerade noch nicht so wirklich glaube. Da. Okay. Oh, fuck. Oh, scheiße. Oh, Mann, oh, Mann. Komm schon. Wo seid ihr? Da hin. Mist, die Waffe ist leer. Oh, fuck. Ich weiß gar noch nicht, wie ich das machen soll. Am besten. Ich geh mal vielleicht hier lang. So. Und dann... Komm ich vielleicht hier lang. Das sieht doch gut aus. Oh, kacke. Nein, nein, nein. Nein! Ah, fuck. Muss ich jetzt wieder von ganz von vorne? Nee, zum Glück nicht. Gut. Alles klar. Und nochmal das Ganze. So, hier kam der erste. Zack, 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 zack. Waffe mitnehmen. So, und dann... Na, komm. So, wo ist's? Oh, fuck. Schnell hier rein und verstecken. Okay. Jetzt muss ich nur noch den Vierender platt kriegen. Dann... Der ist da hinter dem Auto. Das kriegen wir hin. Ich muss nur möglichst so laufen, dass ich nicht in seiner Schussbahn bin. Nein, 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 nein! Glück gehabt. Boah, ich glaube, wir haben's geschafft. Das war aber ein Spektakel hier. So, okay, weiter geht's. Okay, gut. Wir müssen jetzt immer noch den Mörder von Pope finden. Und, äh, scheinbar wird uns das hier nicht gerade einfach gemacht. Das ist... hart. Na? Komm ich hier da hoch? Okay. Ups. Ich frag mich, was passiert, wenn das Schiff losfährt. Wie wir hier wieder wegkommen. Okay. Wie komm ich jetzt... ...da irgendwie irgendwo hin? ...da dran? Sieht gut aus. Na, hoch. Nee. Einfach da langhangeln. Ja, okay. Gut. Dann... ...müssen wir... ...hier, da in die Stange. Okay. Na, wie weit bin ich... ...versuch von dieser Ebene wegzukommen, bevor die Verstärkung eintrifft. Es muss einen Weg geben. Alles klar. Halt dich gut fest. Nein! Wieso hältst du dich denn nicht an der Stange fest? Bist du bescheuert? Ah. Vielen Dank.